hallo liebe community wir müssen reden denn ich verkünde hiermit das ende meiner karriere ja ihr hört richtig ich mache schluss mit youtube und co und nehme abschied von euch das hier wird demnach mein allerletztes video warum naja ich bekomme einfach keine schauspieler für meine neuen projekte heran in den letzten wochen schrieb ich so viele leute an ich habe sie auch angerufen es wird nicht abgenommen es wird nicht zurückgerufen es wird nicht zurückgeschrieben und wenn mal ein treffen vereinbart wurde wird dann letzter sekunde abgesagt das regt mich übelst auf zudem verdiene ich ja auch gar kein geld ich stecke nur welches rein und das wird mir echt zu teuer außerdem habe ich auch gar keine ideen mehr was soll ich hier doch bringen was sowieso niemanden interessiert deshalb beende ich das ganze weil ich mich hier einfach nur lächerlich mache die bisherigen videos bleiben natürlich alle drin bis youtube die irgendwann mal löscht derweil wandere ich nach polen aus und nehme meine luxuswohnung da hinten mit ich bedanke mich dennoch an alle die bei mir mitgemacht haben und an meine bisherigen zuschauer für ihre treue also machts gut und schau macht doch alle was ihr wollt damit erg beschäftigt werden wieder aber nichts kann ich sagen ob es ist